Ich liege auf dem Bett, ich sitze auf dem Stuhl, ich sitze auf dem Schreibtisch, ich sitze unter dem Schreibtisch. Mein Laptop liegt auf dem Schreibtisch, meine Tasse steht neben der Lampe, mein Notizbuch liegt auf dem Schreibtisch, meine Bücher liegen neben dem Notizbuch, mein Kuli liegt zwischen den Büchern und dem Notizbuch, mein Handy liegt zwischen meinem Laptop und meinen Büchern. Meine Bücher stehen in dem Bücherregal, meine Bücher stehen im Bücherregal, meine Wasserflasche steht auf der Kommode, meine Fernbedienung liegt auf der Kommode, mein Tablet liegt auf der Kommode, mein Fernseher steht neben der Playstation, die Dose steht zwischen der Playstation und und dem Fernseher. Mein Kleiderschrank steht hinter dem Spiegel, ich stehe hinter der Tür, ich stehe neben dem Spiegel. Tschüss! Wenn dir dieses Video gefällt, dann bitte auf Like klicken. Und wenn du noch mehr von meinen Videos sehen möchtest, dann bitte auf Subscribe klicken. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020